Hallo Köln. Dankeschön. Setzen. Ah, herrlich. Ja, ich als Ausbilder mache mir natürlich auch Gedanken jetzt nicht wie Ingo Appelt, sondern ich überlege, wir Deutschen werden ja immer älter. Wir werden über 100 Jahre alt. Beißthalte heißt es nicht, du bist Deutschland, du bist Johannes Heesters. Was machst du mit den ganzen alten Leuten? Ja, ich habe da so eine Idee. Einziehen. Kaffeefahrt, klingt so harmlos. Ich habe da so eine Vision. 500 Busse, vollgepackt mit Rentnern. In Amsterdam. Allein schon 30.000 Gehilfen, eine unüberwindbare Panzersperre. Und so einen alten Opa kannst du schicken. Lauf Opa, lauf. Hey, bleib stehen oder wir schießen. Der hört ja nix mehr. Und dann sind die mit Altersflecken übersät. Was für eine Tarnung. Nach Moos riechen tun die auch noch. Und so ein Ü100, der ist ja an sich schon als Kampfmaschine ausgestattet. Was der alles in sich hat. Und dann so ein Ü100, der ist vollgestopft mit Chemie. Was die alles in sich haben. Insulin, Viagra, Klosterfrau, Melissengeist. Wenn du auf die schießt, die brennen drei Tage. Chef, wir haben ein Ü100 auf unserem Gebiet. Sollen wir ihn erschießen? Bloß nicht. Wenn der ausläuft, ist unser Grundwasser verseucht. Nimm ihn gefangen und verhör ihn. So, alter Mann. Wo kommt ihr her? Was habt ihr vor? Und wie viele seid ihr? Äh, ja. Also, wir sind zehn. Nee. Vier. Wie war die Frage? Wenn du nicht gestehst, dann wirst du gefoltert mit Elektroschocks. Ach, junger Mann, das würd ich sein lassen. Ich hab vier Bypässe, ne Stahlplatte im Kopf und Wasser in den Beinen. Dann wirst du eingesperrt in den dunklen Keller. Ganz alleine. Och, das macht mir nix aus. Das bin ich gewohnt vom Altenheim. Ohne die Apotheken-Rundschau. Ohne Apotheken-Rundschau, das ist gemein. Ich gestehe. Also, das ist keine GSG 9, das ist eine GSG 99. Aber man überlegt ja auch, Menschen werden älter. Was ist mit Altersarmut? Wie kann ich da vorsorgen? Kinder. Wer hat alles Kinder? Kaum. Siehste? Ich hab ja wenigstens einen Sohn. Mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Und, ja, meine Frau wünscht sich jetzt noch eine Tochter, die heißt dann, äh, mach hin. Und, äh, will's gerade nicht so klappen mit dem Nachwuchs. Hat meine Frau gesagt, Ausbilder, gehst du mal zum Urologen. Lässt dich untersuchen. Jetzt ist der Urologe so ein Männerarzt, der musste ab einem gewissen Alter hin. So, ist auch ganz harmlos. Der stellt sich da hin, zieht die Hose runter, beugt sich nach vorne. Dann kommt der Urologe, entspannen Sie sich. Dann sagt er, na, Herr Schmidt, wie begrüßen Sie denn morgens Ihre Rekruten? Sag ich, morgen, ihr Lusiaan! Dann sagt der Arzt, ja, wir Urologen nennen das Hafenrundfahrt. So, fühlt sich auch an wie ein Ubo, dem Nichtschummerbecken, ne? Wolltet ihr noch eine Spermaprobe von mir? Sag ich, Herr Doktor, jetzt waren wir doch gerade so schön intim. Bedienen Sie sich! Schickte mich mit so einem Plastikbecher in so einer Kammer rein. Ja, ich konnte mich nicht so konzentrieren. Dann kam der Arzt mit so ein paar Heften rein. Playboy nix, Rastler nix, Panzer aktuell, Becher voll. Hat er sich doch so in einem Mikroskop angesehen. Sagt der Herr Schmidt, ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihre Spermien sind zu langsam. So, was? Ich hab Luschenspermien? Ein Verweigerungssekret? Herr Doktor, amputieren Sie mir beide Eier, damit ich mir morgen beim Frühstück vorknöpfen kann! Sagt der Herr Schmidt, ruhig, ruhig. Es gibt eine neue Methode aus Amerika. Er könnte mich in Mikrobengröße als Blutkörperchen in meine eigene Blutbahn teleportieren. Unter Hypnose. So, ich lag da auf der Liege, der macht so ein bisschen Hokus-Pokus, alles dreht sich. Boah, war ich in meiner eigenen Blutbahn. Da war was los. Das ging vierspurig runter. Alle Blutkörperchen hatten Sonnenbrillen auf. Grüßt militärisch, ne? Mir so ein weißes Blutkörperchen gekreilt. Wo bin ich denn hier? Sagt er, ja, hier bist du im Kopf. Ich mich so umgedreht. Oh, hier ist aber ein Platz. Passt ja noch ein Panzer rein, ne? Kam mir auf einmal so ein Typ in bunten Tüchern entgegen. So ein... So, was ist das denn? Ja, das ist ein Glückshormon. Die haben hier Seltenheitswert. Ich sag Glückshormon, wenn ich wiederkomme, aus dir mach ich ne Depression. Ich also weiter Richtung Hoden. An meinem Herzen vorbei, hab ich meinen Herzrhythmus gehört. Drrr, 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 drrr. Durch den Hahnleiter mit zwei Stabgranaten durch die Nierensteine weggesprengt. An der Leber, war die Hölle los an der Leber. Alle am Arbeiten, jammern, Überstunden, Überstunden. Ich sag, wieso Überstunden, überall ist Kurzarbeit? Sagen die, nein, Kurzarbeit ist nur um Hoden. Hat's mir gelangt. Bin ich rein in meinen Hoden und ein Bild des Grauens. Kriegsmüde, gelangweilte, luschige Spermien gammelten vor sich hin. Ich so fort, wer ist der Chef hier? Kam so ein langhaariges Sperma namens Udo auf mich zu. Äh, Peace-Ausbilder. Ähm. Weißt du, Ausbilder, ähm, wir sind ja eine Million Spermien, ne? Äh, und nur einer soll gewinnen. Mir kommt mit dem Druck nicht so klar. Ist doch scheiße, ihr habt's ja laufen, wenn ich schieße. Morgen Punkt, 12 Uhr, das Eisprung, da wird zurückgeschossen. Da rennt ihr aus dem Hodenbunker raus, robbt durch das Rohr, rein in die Gebärmutter, die ist Holland und wird besetzt. Dann teilt ihr euch in zwei Gruppen auf. Links und rechts die Eileiter hoch und der Erste und Beste befrucht das Ei. Noch Fragen, dann sah ich in eine Million funkelter Spermienaugen. Die waren motiviert, die haben Kriegswieder gesungen, Zirkeltraining gemacht, marschiert, die waren fit. Mit bestem Gewissen konnte ich meinen Körper wieder verlassen. Gut, der Nachwuchs lässt jetzt immer noch auf sich warten. Ich komm jetzt immer zu früh. Irgendwie haben die Jungs das mit dem Blitzkrieg nicht verstanden. Dankeschön.